Fortschritt mit Peter. Sie reden wieder miteinander. Die Promi-News des Tages im Gela-Ticker, Iris Klein und Ex-Peter führen wieder Normalgespräche plus. Michael Wendler äußert sich zum Babygeschlecht plus Daniela Katzenberger hilft Mama Iris Klein beim Umzug, unter Tränen. Michael Wendler Michael Wendler Davon sei sie direkt betüdelt gewesen, sie trinke ja sonst keinen Alkohol. Vielleicht sollte ich damit anfangen, witzelt Klein. Doch inmitten des ganzen Komas gibt es einen Lichtblick. Auch wenn Peter aktuell lieber Single bleiben wolle, so Iris, haben sich die beiden etwas angenähert. Wir reden ganz normal wieder miteinander, verrät die 55-Jährige. Das muss das Ex-Paar auch, denn die gemeinsamen Vierbeiner leben weiterhin bei ihrem Ex. In der einst gemeinsamen Finca haben sie mehr Platz.